Ich bin Janine Wolf, bin Physiotherapeutin in den Salina-Therapien. Heute arbeite ich mit Frau Schweitzer. Sie ist eine chronische Schmerzpatientin, die schon seit längerem zu uns in die medizinische Trainingstherapie kommt, kurz MTT genannt. Dort setzen wir natürlich die Leute nicht nur an den Geräten, sondern als Alternative haben wir heute das Posturomet vorbereitet. Das ist ein Koordinationsgerät mit instabiler Fläche, wo wir die Körperwahrnehmung verbessern können, die Haltung korrigieren und die Muskeln aktivieren. Unsere MTT-Gruppen werden natürlich nicht nur von chronischen Schmerzpatienten besucht, sondern auch von Sportlern, Orthopädischen, Akutpatienten, von jung bis alt. Meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich mag vor allem die Abwechslung hier. Es ist toll, in so einem engagierten und kompetenten Team zu arbeiten. Mein Tipp für Sie beim täglichen Zähneputzen, stellen Sie sich auf ein Bein und somit haben Sie gleichzeitig eine Koordinationsübung in den Alltag eingebaut.